Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LSEP 10 hier auf der Nordfriesischen Marsch, vierfach Map in der Version 1.5 ohne Gräben ja, ich hoffe ihr habt den Samstag gut überstanden und toll dass ihr heute einschaltet wir versorgen hier mal wieder die Molkerei mit ein wenig Milch ach schon leer, gibt's ja gar nicht, wir sind auch noch immer dabei zu ernten auf diversen Feldern Gerstenernte, Hopfenernte, Rapsernte, gleich alle auf einmal, was ist los? ist eine Fähre gekommen oder was ist hier? Betriebskostenfahrzeuge, mein Gott ja, viereinhalb Millionen knapp auf dem Konto, das ist ja nicht so schlecht, da können wir auch noch wieder Felder kaufen, naja, also mein Ziel ist es eigentlich, ja, ist es mein Ziel? Weiß ich gar nicht, vielleicht, vielleicht auch nicht, also bis LS19 kommt, alle Felder hier zu besitzen, ja, kann man machen, bestimmt durchdrehende Reifen, ich drehe durch, ne, nicht nur ich, sondern auch die Reifen drehen durch, gucken wir gleich, ich fülle erst eben zurück hier zum Hof muh, hier liegt ein bisschen was, ne, so, und da vorne liegt noch nefordette Bier, warum auch immer damit mein licht aus und voll laufen lassen so also nicht mich sondern ja das ist noch nicht so ausgereift ist das noch nicht wie hat sich das denn jetzt hier verhakt ach so ok der wollte rückwärts fahren wackelt noch ein wenig ja gut gucken wir mal was wir sonst noch so da ist wieder der ganze konvoi auch schön er steckt ihn jetzt im verkehr fest ach so ok gut das gibt sich aber ja außer dass er jetzt hier wahrscheinlich nicht doch nicht dachte jetzt kommt hier wieder kornkreise machen aber ist nicht alles gut kann ich mich nicht beklagen den tieren ging es nicht so gut oder wie war das die tiere brauchen alle brauchen stroh ok ja dann beame ich mich doch mal da bin ich ja schon am am hof müsste ja hinterm kuhstall eigentlich noch stroh haben dann bringe ich den mal rein dann bringe ich das stroh mal rein ja hier ist noch der eine oder andere doppelzenten auf strom ich kann mich zwar nicht daran erinnern dass ich das hier so hinterlassen habe aber ja gut wird wohl so sein wenn ich es nicht so hinterlassen hätte wäre es ja jetzt nicht so ja ja Ja, ist schon okay. Pennt man ruhig. Ja, ist der Fernseher wieder. Wie geht's denn jetzt? Ja, schon deutlich besser. Ja, einen können wir noch. Ja, Stroh sieht gut aus. Gras kümmere ich mich jetzt drum. Ach, hier wäre auch noch ein Strohballen gewesen. Wo muss Gras jetzt hin? Gras jetzt auch da drüben oder wie? Boah, ich sehe gar nicht, wo ich bin. Ja, Gras muss da drüben. Dann noch einer. Wir haben ja hier. Ich kann noch einer. So. Ja, das sieht doch gut aus. Und den Rest bringe ich hier gleich durch Mischration rein. Oh, sorry. Das wollte ich nicht. Ah, ich habe eine Befürchtung. Ich werde kein Hopfen an der Brauerei mehr los. Sehr ärgerlich. Ich werde nicht. Ja, ich werde nicht. Ich werde nicht. Das war's für heute. 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 So viel, wie irgendwie geht. Das war's für heute. Oh, ganz schön am Wackeln. Ist das Feld so uneben oder warum? Nein, das ist windvoll. Gleich einen Kurs aufzeichnen. Ich glaube, vom Feld 4 zum Hochsilo habe ich noch nix. Hab ich noch nicht. Dann mache ich noch ein... Dann mache ich jetzt einen. Ich glaube, das war's für heute. Ja. Wo ich zwangsläufig drauf stoßen werde, ist, dass ich hier vorne eventuell Kollisionen kriegen könnte. Weil ich die Felder 22 so eingefahren habe, dass die mir jetzt hier entgegenkommen würden. So, und mit dem Feld 2 wird das auch gleich so passieren. Der ist nämlich im Prinzip auf dem Weg hierher. Ich werde aber... Ich werde aber... So, jawohl. Zum Glück. Zum Glück. Zum Glück. Jetzt haben wir aber auch gleich schön den Kurs eingefahren. Feld 4 zum Hochsilo. Und dann kann das dann automatisch gehen. Ja, ich weiß, dass der voll ist. Wo dann gleich die Rapsernte oben fertig ist. Dann könnte ich mir einen von den Abfahrern auch noch hier auf Feld 4 holen. Und den dann schon mal machen lassen. Oder? Ja. Könnte ich... Könnte ich nicht nur... Kann ich auch und mache ich auch. Aber erst gucke ich, wie weit die auf Feld 5 sind mit dem Raps ernten. Aber ich glaube, da ist... Kann eigentlich nicht mehr 4 sein. Oh. Die Mehlfabrik ist voll. Ja. 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 So, Feld 4 auf Silo. Fahre hinter Drescher. Auch schön. Der steht hier irgendwie... ... hat sich hier irgendwie komplett verhakt. Der steht hier. Der steht hier. Der steht hier. Der steht hier. Muss ich da bloß irgendwie das Wasserfass wieder wegkriegen. Ob man das jetzt mitten in der Nacht machen muss hier bei den Kühen, sei jetzt mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall haben die erstmal wieder genug Getränke. So, habe ich hier noch Stroh drin. Ja, das waren Deko-Ballen, ne? Ja. Schade. Da hinten liegt noch ein Ballen. Oder war es auch Deko? Auch Deko. Na dann. Da muss ich hier mal ein paar Ballen hinbringen. Das kann ich aber eher noch machen. So. So, wie sieht es denn hier aus? Ach, du bist fertig. Wo ist der andere Abfahrer? Der fährt da hinten im Kreis. Mal wieder. Ja, dann holen wir uns den doch. Und setzen den zusätzlich auf Feld 4 ein. Er hier mit seinem Kreislauf. Das können wir uns ja noch mit angucken. Wie er da hinfährt. So, das können wir auch so machen, glaube ich. Das müsste auch gehen. Ja, hier müsste ja auch gleich fertig sein, ne? So viel ist hier nicht mehr zu dreschen. Schade, das sah cool aus. So. 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 Yo. Ja, schön, super, Abfahrer entlassen, ja, ich mache erstmal hier nur Diesel, ich brauche Diesel, definitiv. Oh, die ist einfach sehr schnell in der Produktion scheinbar. Wie viel Diesel haben wir denn jetzt hier? 36.000 Liter, ja, das ist ja schon mal was. Ja, im Moment finde ich Öl gar nicht so wichtig. So. So, hier müsst ihr eigentlich auch gleich. Ein Abfahrer kommen, ach so, er fährt auch wieder im Kreis. So. 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 Okay. Da kann ich mit leben. Wenn das funktioniert, ist der jetzt schon wieder voll? Der 900er Wario? Ne. Achso, der ist das ja gar nicht. Hier sind das hier mit Tropfen. Der Klaas Axion. 100er, ja, und er fährt im Kreis. Das nervt mich so ein bisschen. Da fährt er. Oh, Maxi-Folge, Maxi-Folge, ja, das wollen wir auf jeden Fall nicht weitermachen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Jetzt habe ich die Kurse auch noch so beschissen eingefahren. Ja, wenn ihr morgen wieder einschaltet. In diesem Sinne sage ich ciao.